Hallo zusammen, nächster Trailer am 2.5.2020. Ja, die Inspiration kam gestern durch ein Telefonat mit der Diana, die sich also auch am meisten darüber aufregt, dass wirklich das Kroh noch so verhohlbeutelt ist und verschlafen und überhaupt. Und die zweite Inspiration war ein weiterer von Gerd Wisniewski heute über brutale Polizeigewalt. Und da werde ich euch dann auch im Hauptfilm ein paar Szenen aus diesem Beitrag vom Herrn Wisniewski rausfiltern. Ja, und zu diesen zwei Punkten nehme ich dann Stellung. Also ich setze das jetzt einfach mal als Hypothese in den Raum. Kann es sein, dass die Polizei unter Drogeneinfluss steht mit natürlich dann aufputschenden Chemikalien und dass der Rest der Bevölkerung unter Sedierung steht. Ja, mit eben beruhigenden Chemikalien, wenn man das so nennen kann. Kann ja auch durch Chemtrails sein zum Beispiel, die da rausgebracht werden. Denn irgendwie das so Ruhe ist. Aber schaut es euch doch dann bitte im Hauptfilm an, den ihr schauen könnt bei Bitchute oder VK, die sich den Trailer bei WIC News TV aufrufen. Entsprechend den Link kopieren, in die Browserzeile einfügen, ab damit und zum Hauptfilm. Dann hoffentlich bis gleich. Tschüss.